Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Du kennst dich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuhe? Spazieren wir dir einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird sich, Mann. Ich bin schon lang hier und hab Privilegien, die du nicht hast. Also schick ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nun nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Nein, leider nicht. Ich mach dir diese Tür auf.